Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Wundertauschkampf mit Balooie. Ich bin Balooie. Und ich bin Miri. Du hättest eigentlich bei Ich bin Balooie auch vermissen zu drehen. Ah, okay. Wir haben rausgefunden, dass man sich drehen kann. Ja, das war sehr elegant. Wir tauschen jetzt Pokémon im Wundertkampf und kämpfen dann. Nein, wir tauschen Pokémon im Wundertkampf und kämpfen dagegen. Wir kämpfen einfach und der Bessere gewinnt als ich. Also, denkt dran, gestern gab es eine Folge bei mir. Nicht verpassen, hoffentlich. Hier, schaut euch mein Team an. Guckt euch mein Team an. Guckt euch mein Team an. Mein Team. Also, wer gewonnen hat, könnt ihr euch selber ausrechnen. Okay, gehen wir mal auf. Okay, es geht los. 3, 2, 1, go. Mauzi. Tö, Sandile. Hat Mauzi nicht eins getötet? Mauzi war das einzige Pokémon, das was getötet hat. Würdest du mal bitte nicht immer spoilern? Ich spoilere auch mal nicht deine Folgen. Nach Frankreich, oh. Die Franzosen hassen uns eh, da gibt es nichts Gutes. Ja, dann kriege ich jetzt ein Raupi. Verdient hätte es. Raupi habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und meins geht nach zu Vereinigten Staaten. Ich suche nach schillernden Pokémon. Ja, geil, der gibt mir doch nur Scheiße. Oh, ein super Ball. Es war einfach fast ein Raupi. Es war einfach fast ein Raupi. Es, ah. Kollege, gibst du mir jetzt was schillerndes? Blöde Franzosen. Tut mir leid für alle Franzosen, die zugucken. Aber wieder ein neuer Pokédex-Eintrag. Es ist nicht persönlich gemeint. Es ist nur gegen Franzosen, die mir solche Pokémon tauschen. Es ist einfach nur... Ah, guck mal, ich kriege einen Pokédex-Eintrag. Ja klar, weil das Pokémon kacke ist. Warum sollte man das doch gefangen haben? Mein, das ist süß. Es ist süß. Ja, mein, nee, süß. Süß. Nein, ich habe Angst davor. Nee, das kann sich nicht weiterentwickeln. Das ist süß und kann sich nicht weiterentwickeln. Warum? Oh, du hast schon wieder ein vollentwickeltes Pokémon. Nein. Ein vollwertiges Pokémon. Oh, komm. Es ist einfach nur Scheiße. Ich muss nicht, dass es Pokémon mit die Scheiße sind. Ja klar, geil, natürlich nicht. Also ich liebe Pokémon Wunderkampf. Es geht schon wieder toll los. Los. Ja, los. Ha, du hast einfach schon gemacht. Ja, ich habe nicht drüber nachgedacht. Auf Wiedersehen, mein kleines, süßes Pichu. Und tschüss, Riolu. Du warst sehr lieb und nett zu uns allen. Das wird schon wieder ein schlechter Kampf für mich. Nur weil du ein, wenn du ein Legendäres kriegst, dann ist sowieso vorbei für mich. Instant. Es geht nach Vereinigtes Königreich. Boah, warm sind denn deine Hände. Mir ist warm, ich schwitze. So warm ist es gar nicht. Guck mal, ich habe was Langärmliches an. Mir ist warm und ich schwitze. Mir ist warm. Ich hasse das Wetter. Ich hasse Sonne. Mir ist cool. Das Video heute ist Mittwoch. Das heißt, heute ist immer noch genauso scheiße. Das hatte ich einfach schon mal. Auf Wiedersehen, was kriege ich? Oh, normalen Pokéball. Oh, das hatte ich aber noch nie. Ich habe einfach auch einen normalen Pokéball. Und wieder ein neuer Pokédex-Eintrag. Ich weiß gar nicht, wie viele Pokéball ich noch nicht gesehen habe. Ja, voll cool. Ich habe aber auch erst 41% im Pokédex. Hast du denn, oben sieht man ja mehrere. Gibt es mehr als drei? Hä? Nee, das gab keinen Eintrag. Okay, ich habe es schon mal gesehen. Okay. Dann nächstes. Bist du bereit? Ja. Und los. Oh nein. Ja, und los. Das heißt nur, dass ich ein Pokémon mit Attacken habe. Und kein Carpador, das nur Platscher kann. Oder ein Abra, das nur Teleport kann. Ich finde, Teleport ist ultra sinnvoll. Abra ist noch schlechter als Carpador. Carpador versucht es wenigstens. Ja, es platscht auf dem Boden rum mit vollem Körpereinsatz. Und Abra nur, nee, ich kann das jetzt nicht. Nee, die Attacke ist fehlgeschlagen. Er wollte nicht mal, dass Platscher Schaden macht? Nein. Warum nicht? So, nach Italien, nach Luka. Ich finde, das wäre voll der Plot-Twist, wenn sie es einmal einführen, dass Platscher Damage macht. Stell dir vor, Platscher würde bei 1... Was ist los? Nix, nix. Eins zu tausend, nein, eins zu Millionen Chance. Ö, Schaden machen. Eine K.O.-Attacke sein. Oh, süß. Leider auch wieder ein neuer Eintrag. Was ist das für ein Ball? Wieder nur ein normaler Pokéball. Hallo, na, freust du dich, in meinem Team zu sein? Ich glaube, Michi ist sehr überfreut. Leute, wenn ihr dieses Video seht, dann geht doch mal bitte dahin und spielt Wundertausch. Abends, wir nehmen immer abends auf. Genau, bitte, macht es einfach. Immer wenn ihr das Video bei mir seht, nehmen wir eigentlich dann an dem Abend noch auf, weil wir dann keine neuen Videos mehr haben. Richtig, wir nehmen das immer sozusagen alle zwei Tage auf. Immer nach meinem Video nehmen wir abends auf, so 8, 9 Uhr. Oder noch später. Ja, 8, 9, 10. Ja, bereit? Ja, nächster, los. Ich habe schon gedrückt. Nein, du aber auch schon. Ah, ist das unhöflich. Ah, ist das selber unhöflich. Du hast ein Pückchen auf deinem Kleid. Darf ich da draufdrücken? Nein. Meins geht nach Tobias, Holland. Nach Tobias. Es geht nach Tobias. Hallo, Tobias. Ja, zu Tobias. Sei mal nicht so kleinlich. Meins geht nach Destroy in Frankreich. Destroy ist sein Name und das ist alles in Caps geschrieben, deswegen habe ich das. Und was ist das? Das ist ein normaler Pokéball. Leck mich. Oh nein, jetzt kommt wieder Kake von dem Franzosen. Wenn das wieder ein Käfer-Pokémon ist, dann schlage ich ihn. Oh nein, das ist in einem Pokéball. Aber es ist süß irgendwie. Süß. Oh nein, was hast du Mew bekommen? Nein. Oh nein, du hast irgendwas voll Gutes bekommen. Nein. Ach, scheiße. Eine neue Pokédex-Eintrag. Cool. Guck mal, wie viel Prozent du jetzt oben stehen hast. Ich habe oben ja drei verschiedene stehen. Prozent? Den obersten Prozent? Alola, Melee und Akala. Was ist denn da von der Richtigen? Alola ist der Insgesamte. 18. Oh, ich habe 41. Cool, ich bin besser als du. Cool. Du hast das Spiel auch gespielt. Ich habe insgesamt, also Alola Pokédex ist ja die große Übersicht und darunter kommen dann vier. Ach so, das wusste ich nicht. Und Alola ist halt alle Pokémon, die es in dieser Generation gibt? Ja. Würde ich sagen. 18 Prozent ist ja dann schon mal ein Anfang. 41. So, nächstes. Ready? Nein. Na gut. Was hast du bekommen? Süße, kleine, niedliche Pokémon habe ich bekommen. Iniko. Ready? Iniko? Bereit? Und du weißt nicht mehr, was Iniko ist. Und? Weiter. Go. Okay, ich rate einfach nicht. Pokémon da drin. Wir haben das Pokémon mal gemalt. Was ich gekriegt habe. Pionscora. Pionscora. Nein. Und wenn du jetzt alle durchrätst, die wir jemals gemalt haben. Du hast noch eine Chance. Hast du ein Gardevoir gekriegt? Nein. Okay. Jetzt sage ich nichts mehr. Absol? Jetzt sage ich nichts mehr, habe ich gesagt. Egal, wenn du jetzt richtig raten würdest oder nicht. Schlupuk? Ja, rate halt weiter. Auf Wiedersehen, Junggoss. War Gardevoir richtig? Oh. Das hatte ich schon mal. Schickt mir nicht die gleichen Pokémon. Jetzt habe ich einfach zwei Pokémon, die ich schon mal hatte. Ich glaube sogar, dass ich die im gleichen Team zusammen hatte. Tschüss. Kriege ich ein neues? Bitte irgendwas Neues. Irgendwas Cooles. Ich weiß gar nicht, wo es hingegangen ist, weil ich mit dir gesprochen habe. Hör doch mal auf, mir so eine Kacke zu schicken, Mann. Ist das eine Weitentwicklung, was du bekommen hast? Nein. Tschüss. Winkul. Ja, die Bilder hängen nicht mehr da. Kannst du gerne suchen. Hast du schon das nächste getauscht, das letzte? Nee, noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Ich muss gerade ein Pokémon tauschen. Und ich habe sogar leider gesagt, was es ist, hast du zugehört. Gut nicht. Du hast gesagt, tschüss, Wing-Girl. Ja, okay. Aber das hast du doch weggetauscht dann. Okay, weiter. Nächstes. Tschüss, Abra. Mein Tichloor. Danke, dass du mir so geholfen hast im letzten Kampf, in dem deine Attacke immer fehlgestangen hat. Sieht aber ziemlich cool. Ich glaube, das war schon trainiert für... Aber es hatte so wenig Damage gemacht, was ich halt überhaupt nicht verstehen konnte. Ach, das verstehst du. Den, 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 den. Ja. Eine Katze. Der weiße Hai ist aufgetaucht. Hallo, weiße Hai. Nach Mexiko. Tschüss, nach Kanada. Nach Mexiko. Geh back. Ist ja in die gleiche Richtung, Mexiko. Weißt du eigentlich, Elli, wie warm es heute ist? Wir haben draußen 33 Grad. Danke, dass du kuscheln kommst. Oh nein, nein, Pokéball. Gehst du bitte? Das hatte ich auch schon mal. Jetzt hört auf. Das ist für ein Ball gewesen. Ich habe ein neues. Ich kann nicht einfach gute Pokémon bekommen. Ja. Was ist das für ein Ball, der einfach glitzert die ganze Zeit und die Farbe wechselt? Ist das ein Megaball, ein Ultraball, ein Gigaball? Ist das ein Disco-Ball? Gibt's das? Ich weiß nicht, was das für ein Ball war, Alter. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass das Pokémon das wert ist, was da drin war. Ich glaube, da hat einer seinen besten Ball verballert. Verballert. Das war gut. Nein. Muffinduck. So, diesmal gucke ich mir wenigstens mal eben kurz meine Pokémon an. Jetzt habe ich dich schon... Du kannst dich, glaube ich, da drin nicht angucken. Geh bitte jetzt nicht aus dem Festivalplaza raus. Das kann mir da unten... Guck mal, das ist ein Pokémon, da könnte ich draufklicken und mir die angucken. Aber ich habe noch nicht deine Einladung bekommen. Ja klar, weil ich dachte, du guckst jetzt die Pokémon an. Du weißt aber auch nicht, was zu finden. Hier kann man auch nie was recht machen. Ja, aber du hast mich schon eingeladen, dann bin ich schnell wieder rausgegangen. Ja, ich wollte dich gerade einladen. Ja, also hattest du doch nicht. Doch. Na, quasi. So gut wie. Jetzt weiß ich nicht, was gut ist. Hast du gewonnen? Sag mal, erzähl mal. Ja. Du hast bestimmt was mega Gutes und willst du es nur nicht sagen. Nein. SD-Karte wieder überprüft. Was möchtest du machen? Miri hat die Kampfregeln fest. Miri hat die Kampfregeln fest. Währendes Team. Kann ich teilnehmen. Okay. Möchtest du mit dem Kampf teilnehmen? Ja. Wie kann ich teilnehmen? Steht nur drunter, dass ich klicke. Kampf beginnen. So, auf Mitspieler wird gewartet. Jetzt bin ich gespannt. Na dann, welche Pokémon soll ich mitnehmen? Womit eröffne ich das Ganze? Richtig, womit eröffne ich? Das ist die größte, schlimmste Frage. Ja, die Frage aller Fragen. Was kannst du für attacken? Oh shit. Okay, wir eröffnen mit dir. Bist du kacke. Sodom und Gomorra, lass den Regen beginnen. Okay, es geht los. Hast du gleich mit dem angefangen, was so süß ist? Ich habe nur süße Pokémon heute. Ja, aber das, was wir gemeint haben. Nein, habe ich nicht. Was haben wir gemeint? Das ist süß. Siehst du schon nach Frügel noch? Es ist eine Vorentwicklung. Sag ich dir jetzt nicht mehr. Du fragst die ganze Zeit immer Fragen. Oh, süß. Du fragst die ganze Zeit Fragen. Ja, was soll ich sonst machen? Soll ich Fragen antworten? Süß. Ich habe gesagt, du hast zwei Chancen gehabt. Soll ich Fragen singen? Soll ich Fragen tanzen? Oh, Tocopi. Das kann aber ganz tolle Sachen. Elli, mir so warm. Würdest du bitte gehen? Ja, wow. Sag bitte nicht, dass du nur Silberblick kannst. Nein, ich kann noch eine Attacke, die nicht viel besser ist als Silber. Oh nein, was machst du? Ich kann nur Scham. Du kannst nur Scham? Ja. Oh, geil, dass wir uns gegen es haltig quasi ausgleichen. Nur bist du besser als ich im Ausblick. Ich kann nur Heuler. Wobei, ich kann nicht wickeln. Das ist das Einzige, was du kannst. Vielleicht? Juhu. Ich habe dich angeheult. Das heißt, du kannst jetzt mit beiden Attacken meinen Angriff senken. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin stets bemüht. Herzlichen Glückwunsch. Toll. Was ist Dratini? Fee oder Drache? Drache. Wie Dratini. Drache. Was ist es denn? Wasser? Natürlich ist Dratini Drache. Dann guck mich nicht so fragend an. Wie fragend? Ja, ich war fragend, weil ich so schockiert davon war, dass du nicht wusstest, welchen Typ Dratini hat. Ja, Dratini. Ja, das klingt nach Draht. Also Stahl? Ist es Stahl? Dratini. Draht. Draht wie Dratini. Und Dra-gonir. Und Dra-goran. Komm mal, mein Pokémon ist voll scheiße. Wir heulen uns die ganze Zeit und gegenseitig an. Und ich gucke dich böse an. Dein Silberblick ist immer mal in zwei Richtungen. Warum senkt das deine Verteidigung? Bist du so verwirrt? Ja, ich verstehe nicht, was du mit mir machst. Hä? Wo guckt der hin? Was soll ich tun? Guck, da steht sogar Drache. Vor allen Dingen kann ich nicht mal tauschen. Boah, das ist einfach... Der Kampf hängt schon so traurig an. Warum kann ich nicht... Wie kann ich meinen Pokémon wegtauschen wegen Wickel? Ja. Wie dumm ist das einfach? Bin ich nicht cool? Ja, aber ist doch voll dämlich. Voll nervig jetzt. Cool. Boah, ich kann deinen Angriff nicht weiter senken. Glückwunsch. Dankeschön. Wie lange hält denn Wickel? Für immer. Wirklich? Nein. Nein! Sei froh, dass es nicht wie in den früheren Generationen ist, wo du da nicht angreifen konntest. In der ersten Generation konntest du während Wickel nicht angreifen. So lange, bis der aufgehört hat. Und das hat sich manchmal über Stunden gezogen, weil du jedes Mal nur einen KP abgezogen bekommst. Ich kann aber nichts machen. Ich kann deinen Angriff nicht weiter singen, weil der so niedrig ist, wie es geht. Wie wäre es, wenn du dir selbst ins Gesicht schlägst, wie ein braunes Tokepi? Ja, komm, mach. Ich hoffe, dass meine Attacken weggehen, damit ich verzweiflerwegs mache. Aber ich glaube, Scham hat... Oh nein, du bist befreit. Nein! Tausch es nicht aus! Tausch es nicht aus! Tausch es doch nicht aus! Tschüss. Was erzählst du jetzt? Hast du eine Fee? Süß! Süß! Aber das ist nicht das Süße, was du... Das ist aber eins der Süßen. Das Tokepi war nicht süß? Nein. Guck mal, ich kann dich umwickeln. Arsch! Ich hasse dich! Aua! Das ist nicht fair. Warum macht das denn immer mehr Schaden? Ich bin auch dumm. Warum? Weil ich irgendwie ein Pokémon gewählt habe, was nicht so gut gegen dich ist. Ja, geil und tschüss. Tschüss! Bist du ein Arsch! Ah, ich ruf dich rein! Nein! Hier, bitteschön. Du hasst Miltank! Ich hasse dich! Ach komm, ich habe verloren. Ach, ich habe eine kleine Mieke-Mietekatze. Eine Moku. Aber die haben wir auch nicht gemalt. Was ist denn jetzt schon wieder Expedermis? Ja, jetzt bin ich nicht mehr paralysiert. Warum nicht? Wegen Expedermis! Ja, was ist Expedermis? Das ist eine Schlange, die häutet sich. Das ist Expedermis. Ach so. Cool, ne? Ehrlich? Ja! Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Hallo? Wie kann denn Wickel auch noch kritten? Das war so traurig. Das war der traurigste Volltreffer meines Lebens. Ich glaube schon. Blöse blöde Kuh, mach was. Nicht deckeln! Nein! Nein! Tschüss! Oh Mann, warum durfte Trattini? Trattini hat sich gut geschlagen dafür, dass ich nur Wickel konnte. Das ist aber auch mal ultra nervig. Ach Mann! Hast du was dagegen? Nein! Oh, leck mich doch. Ich liebe dich. Jetzt musst du ganz stark sein. Ganz stark. Ich hab gesagt Absoul! Ja. Ach Mann! Du hast schon wieder nur gute Pokémon! Und natürlich wirst du die Attacke haben! Ich liebe dich, weißt du? Oh nein, was kannst du? Oh Gott, dann tschüss. Bam! Ins Gesicht! Ach komm, was soll ich denn da machen? Und ich hab kein Pokémon, um dich zu können. Du könntest Trattini wiederbeleben. Ist das nicht süß? Hallo? Freust du dich wenigstens ein bisschen für mich mit? Hallo, ich hab mich bei deinem Pokémon gefreut. Komm! Ich verliere nur, weil du viel bessere Pokémon hast als ich. Nein, wegen Skill. Natürlich! Ach Quatsch! Skill! Skill in dein Gesicht mit meiner Faust! Skill! Das war jetzt nicht so schlau. Ach Quatsch! Natürlich war das nicht schlau, weil ich nichts besseres hab! Glaubst du, ich wechsle meinen armen Käfer in das Psycho-Pokémon ein? Weil dir weiß man nie, weil ich hab nämlich... Ich weiß, dass es absolut kein Psycho-Pokémon ist, nur weil es jetzt Psycho-Attacken eins ist. Leute! Ich liebe dich! Möchtest du noch eins besiegen lassen mit 6 zu 0? Das ist so unfair! Schreib mich nicht so an! Ach Mann! Was ist das für eine Knutschkugel? Hier, du darfst eins besiegen von mir, okay? Hier, du machst das weg. Ich will nichts wegmachen. Ich will gute Pokémon! Da kann ich ja nichts für besteuern. Werde ich bei den Zuschauern, dass sie nicht ordentlich tauschen. Oh Gott, was soll ich denn? Oh, ein Winger! Da, mach es weg! Ach du Scheiße! Guck mal, das sieht so OP aus! Alter, was war das für eine Attacke? Die Attacke ist vierfach effektiv. Ich hätte dich nur mit einer Steckdose berühren müssen. Und du wärst da umgewesen. Ach du Scheiße, ich seh gerade, was ich noch gebogen bin. Das konnte gar nichts. Bitte schön! Oh, guck mal, wie nah ich mit Gardevoir dran war. Ja, der hätte es noch ja sagen können. Oh Mann! War aber nicht gerade, warum? Es kann auch nur Heuler. Uhuh! Uhuh! Bäh! Uhuh! Warum kann es nur Heuler? Das ist so schlecht einfach. Das ist wie Carpador. Ich hatte zwei Pokémon, die nichts konnten. Zwei. Ja, du meinst zwei, die nichts, also nicht mal Schaden machen konnten? Oder Angriff senken? Ja, ja, toll, Angriff senken. Ja, ja, das ist wenigstens was. Hallo, mein Pokémon konnte nur Teleport, das immer fehlgeschlagen hat. Ich hatte zwei. Und dafür hast du zwei echte Pokémon, die kämpfen können und nicht Basis-Pokémon sind, die mit total schlechten Basiswerten. Zwei Pokémon, die nichts. Und vor allem komme ich gerade gegen dein blödes Pokémon nicht an. Ach komm, du musst nur eins von deinen guten Pokémon reinwechseln. Wir sind alle nicht effektiv gegen deins. Das ist doch egal, das ist nur ein blödes, rundes Ding. Hä, 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 hä. Das ist süß. Das ist nicht ein blödes, rundes Ding. Das ist ganz schön gemeint von dir. Das ist die Pikachu-Nachmache dieser Generation. Au. Nimm mich. Ich hasse dich so sehr. Entschuldigung. Das ist nicht fair, das ist verboten. Du weißt genau, Balu, ich darf mal nicht polarisieren. Wie ist es fehlgeschlagen? Warum? Weil ich eine Attacke eingesetzt habe, die keinen Schaden macht. Guck mal, ich fliege! Hä? Was ist denn alles in der Welt? Warum lehrt das so lang? Oh, diesmal hast du nicht Tiefschlag eingesetzt. Das war ganz schön dumm von dir. Warum? Jetzt dürfte ich nochmal angreifen, deswegen. Oh. Ich verstehe auch nicht, wie es richtig ist und wie nicht. Wieso? Aber du hast ja deine Attacke nach mir eingesetzt. Ja, wenn ich eine Attacke einsetze, die keinen Schaden bei dir macht, die nur irgendwie Statuswerte verändert, dann geht Tiefschlag nicht durch. Tiefschlag geht nur durch, wenn es eine Attacke ist, die dir KP-Schaden macht. Oh Mann! Das kompliziert. Salami. Salami! Cool, Salami, hallo. Das ist einfach nicht fair. Hallo, Salami. Ich hasse dich. Ich liebe dich. Das heißt nicht Salami. Doch, da oben steht Salami. Das heißt aber nicht Salami. Aua. What the fuck? Oh gut, dass es durchkommen ist. Ja, dass dann die Paralyse nicht gezogen hat, bisher nicht einmal. Das wäre schon. Das ist schon wieder Assi, ne? Das ist nicht Assi, das ist Skill. Das ist schon wieder Assi. Das Skill, mein Skill. Radikal. Oh nein, du hast eine Weiterentwicklung. Ja, und du hast ein Pokémon mit einer Psychoattacke. herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Oh. Nein! Aua! Oh, es hat Risikodeckel. Oh. Ouch. Ich hab absolut wenigstens noch ausgeschalten. Heiei, 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 heiei. Autsch. Jetzt wird's gar nicht so einfach mehr für mich zu üben. Du hast noch Mehlzank. Ja, ich hab auch noch was anderes. Oh nein! Was haben wir das da? Die fliegende Untertasse. Das ist schon etwas Gutes. Hallo, das ist gut. Ich denke nicht. Doch, ich denke schon. Wie das aussieht. Ich hab dicke Backen. Unlicht. Normal gegen... ...weiß ich nicht, was ich bin. Britzel. Boah, bist du schnell. Autsch. Das macht dir weniger, als ich gehofft hab. Autsch. Oh fuck, ist das stark, ey. Aua. Yes, radikal. Alter, jetzt gewinnst du noch. Ich glaube nicht. Das ist gar nicht so geil irgendwie gerade. Hallo, ich bin Maloui. Ich hasse es. Wieso hast du eine Weiterentwicklung? Ich hab keine Weiterentwicklung. Du hast Mehlzank und Absol, die keine Entwicklung haben. Ja. Das heißt, du hast quasi Weiterentwicklung. Nein. Hör mal auf, wenn du mal so sauerst. Das überlebe ich nicht. Du gewinnst. Na Quatsch. Doch, du gewinnst. Kritte. Bitte Mehlzank, Kritte einfach. Siehst du? Scheiße. Komm schon, radikal. Das kann ich nicht mehr gewinnen, wenn du dich jetzt besiehst. Vorbei. Hast du gewonnen. Warum, du hast noch ein Pokémon? Ja, das Tick-Tack kann. Ende Gelände. Tick-Tack? Ende Gelände. Mehlzank, ja. Ich gewinn nicht wirklich noch, oder? Du hast gewonnen. Das gibt es nicht. Ich hab ja gesagt, ich habe zwei Pokémon, die nichts können. Das glaube ich nicht. Wenn du zwei Pokémon hast, die nichts können, dann ist es vorbei. Was beschwerst du dich eigentlich immer so? Dein Radikal macht aber auch scheißdreck Schaden, Alter. Ich kann mich aber nicht mit Schiefschlag eingreifen, weil du keine Angriffsattacken hast. Ja, aber das ist ja eine Hyperzahn. Superzahn macht aber immer nur, halbiert immer nur die Hälfte der KP. Ja, dann viel Spaß. Ja, nee. Ich kriege dich nie auf Null runter. Ernsthaft? Und mit Risiko-Tackle töte ich mich selbst. Nee, nee. Ich glaube, Risiko-Tackle überlebst du noch. Sonst töte ich mich nachher selbst mit Verzweifler. Ich glaube, mit Verzweifler würdest du erst mich töten und dann dich. Das wäre doch was. Aber du würdest auch mich erst töten und dann dich. Mit Risiko-Tackle. Ich glaube, es ist dann trotzdem unentschieden. Werden wir jetzt sehen. Ich glaube, er hat alles überlebt. Die Duggebi. Aber ein Unentschieden wäre nur gerecht. Nach dem Kommen. Yeah, Radikal. Wie habe ich denn das noch gewonnen? So eine Scheiß-Drecks-Kacke. Was habe ich denn falsch gemacht? Mann. Das hätte ich nicht gedacht, weil dann auch so doch Psychoklinge. Ja, ja. Du bist nicht durchgekommen, ne? Das war das Problem. Einmal bin ich nicht durchgekommen. Richtig. Du bist einmal... Das hatte mir den Eier hintergelegt. Ach, Leute, das war es mal wieder. Ich glaube, das Video muss ich mir als Kampfvideo speichern. Wow. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Mir nicht. Ich bin... Ich bin verzweifelt. Ich bin durcheinander. Das war ganz crazy. Die nächste Folge kommt bei Baloui. Ja. Und das war es mit dem Wunderkampf. Bleibt schön feurig. Und... Bleibt schön feurig. Tschüss. Und denkt rein, ich bin Baloui. Und denkt rein, ich bin Baloui.